Hi liebe Leute, ich bin es mal wieder indoor, weil draußen weht total der Wind und das Video hatte ich schon mal gefilmt zum ersten Lockdown, habe leider die Speicherkarte gelöscht. Es geht um das Duell der beiden Trailcenter im Sauerland, die heißen Trailground Brilon und Trailpark Winterberg. Ich denke mal einige von euch werden die auch kennen. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was so eure Meinung zum Vergleich der beiden Trailparks sind und welchen mögt ihr lieber oder für wen würdet ihr was empfehlen. Das möchte ich jetzt quasi auch noch mal für alle hier zusammenfassen. Ich habe auch eine Menge Aufnahmen, die habe ich schon in den ganzen Shootings da, auch recht aktuelle. Da würde ich sagen Vorteile, Nachteile, Zielgruppen, persönliche Präferenzen, legen wir einfach mal los. Der erste Punkt ist die Streckencharakteristik. Also wie sind die Trails gebaut und für wen eignen sie sich? Trailcenter, also das zugrunde liegende Prinzip von Trailground Brilon und auch dem Trailpark Winterberg, sind in der Regel anfängerfreundlich, familienfreundlich. Trotzdem gibt es natürlich verschiedene Charakteristiken, je nach Streckenbauer, je nach Gelände. Der Trailground Brilon ist wirklich sehr anfängerfreundlich, weil natürlich wie bei jedem Trailcenter wenig Höhenmeter, schön florige Strecken, gut zu fahren, wetterfest und ja auch die Anstiege sind so gebaut, dass sie einen nicht total killen. Ja, deswegen würde ich natürlich sagen, im Vergleich Familientauglichkeit und Anfängentauglichkeit von der Streckencharakteristik, finde ich den Trailground Brilon besser geeignet. Im Trailpark Winterberg ist es so, da gibt es auch leichte Strecken, aber auch schwere mit Wurzeln und so weiter und ich denke mal von der Beschilderung und so ist es im Trailground Brilon ein bisschen einfach zu differenzieren, mit welcher Strecke kann ich wählen, wenn ich mit Anfängern da bin. Also Streckerestrik, anfängerfreundlicher in der Regel der Trailground Brilon, aber auch da gibt es Ausnahmen. Also jeder Fortgeschrittene kann auch da total viel Spaß haben und ich finde, es gibt auch bei den einfachen Strecken im Trailground so ein, zwei Stellen, wo ich sage, da geht es echt schon relativ steil und felsig dafür, dass es eine Anfängerstrecke ist, aber ich meine, wenn man jetzt Anfänger dabei hat, dann kann man auch mal sagen, komm, das Stück schiebt dir. Wenn wir uns die Strecken nochmal im Vergleich angucken vom Trailground Brilon und vom Trailpark Winterberg ist es so, der Trailground Brilon ist eigentlich durchgehend mit so einem Streckenbelag belegt, das ist so eine Art Brechtsand, das kennt man eigentlich von Bikeparks. Aber es ist trotzdem nicht so völlig reine, ich sage mal Murmelbahnen wie jetzt ein Flowtrail. Alles nur total allglatt, sondern da kommen schon die Felsen, die Steine vom Boden raus. Ja, es ist aber trotzdem durch diesen Brechtsandbeleg sehr wetterfest und auch, man kann immer ganz gut einschätzen wie der Grip ist. Bei Trockenheit natürlich etwas rutschiger durch dieses Staubige, bei Nässe eigentlich mal ziemlich guter Grip. Ja, und beim Bikeputzen hat man natürlich überall diesen Brechtsanddreck dann, wenn es nass ist, aber kann man eigentlich auch ziemlich gut wegkriegen. Im Trailpark Winterberg ist es so, teilweise gibt es echt Trails und Stellen, wenn es so richtig geregnet hat, auch schon länger oder die Tage vorher, wo man so einsinkt und die Reifen sich total vollsaugen mit dem Dreck, also sodass das Profil der Reifen so zu ist. Also in Sachen Wetterfestigkeit bei der Streckencharakteristik ist Trailground Brilon auf jeden Fall besser steht er da als der Trailpark Winterberg. Man kann jetzt natürlich noch dazu sagen, bei den Strecken, also der Trailpark Winterberg und der Trailground Brilon, die haben beide auch gebaute Features drin, Anliegerkurven und auch kleine Kicker oder so kleine Kanten, diese Mini-Drops quasi. Aber beides nichts Weltbewegendes. Ich sage mal so, die Schwierigkeit dieser relativ einfach zu fahren Strecke steigt halt immer mit der Geschwindigkeit. Das ist ganz klar. Also jemand, der sehr fortgeschritten ist, der kann halt da ziemlich heizen und dann wird es natürlich auch schwieriger, immer auf der Linie zu bleiben. Wer jetzt total das technische Abenteuer sucht, wird natürlich in einem Trailcenter in der Regel nicht fündig werden. Es gibt vielleicht in England Ausnahmen, die auch noch mehr Levels ansprechen, aber generell sind Trailcenter ja einfacher gebaut. Gut, das heißt, diese gebauten Features sind ja auch ganz nett gebaut. Ich finde die Anliegerkurven im Trailground ein bisschen seltsam, fahren sie nicht so flowig wie jetzt im Floatrail in Willingen oder so, aber eigentlich auch trotzdem ganz cool und natürlich für den Wetterfest auch schön hoch, aber für Anfänger auch schon so hoch und steil, dass sie sich da gar nicht so rein trauen. Und dann fahren sie dann unten da, wo dieser Sand dann ist und sind dann auch oft so ein bisschen am Rutschen. Naja, sagen wir so, sind aber trotzdem ganz cool. Der Trail Achterbahn finde ich ziemlich gut da mit den Anliegerkurven. Und die Kicker, die sind meistens halt ohne Landhügel, also auf so eine kleine Kante, die kaum kickt, eher wie so ein kleiner Minidrop, aber ohne Landung. Also jetzt auch nicht so spannend für Fortgeschrittene, aber dafür für jeden halt machbar. Und es gibt auch einen mit einer kleinen Landung, also generell ist eigentlich schon ganz, ganz spaßig. Und im Trail Park Winterberg, die Features, die ich da so kenne, sind eigentlich auch ganz, ganz schön, aber halt nicht so wetterfest. Aber auch wieder so kleine Kicker sind das, kleine Kanten und kleine Anliegerkurven, alles ein bisschen weniger groß gebaut wie jetzt von der Höhe der Anliegerkurven oder so als im Trail Ground. Also ich würde mal als Fazit sagen, das ist natürlich Geschmackssache. Die Streckenbauer in Brilon hatten mehr Erfahrung, finde ich, haben es deswegen besser, flüssiger gebaut vom Fahrfluss. Im Trail Park Winterberg fand ich es gerade am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, was die Kurven angeht. Also der Streckenbauer dort scheint mir nicht vom Fach zu sein, habe ich auch gehört, dass das ein Landschaftsgärtner war. Weiß jetzt nicht, kann ich nicht bestätigen. Ja, aber das wurde auch ausgebessert und da will ich gar nicht so auf hohem Niveau meckern. Ich finde auf jeden Fall den Trail Ground Brilon von der Streckengeristik anfängerfreundlicher, wetterfester und abwechungsreicher. Aber der Trail Park Winterberg hat auf jeden Fall auch so seine Reize und wirkt vielleicht zum Teil etwas natürlicher durch diesen Lehmuntergrund. Und ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Im Trail Park Winterberg ist es auch so, manchmal kann man dann so einen offiziellen Trail fahren, also was vom Trail Park, der ausgestellert ist. Und dann geht noch ein Trail daneben, der ist zwar dann eigentlich ein Wanderweg, aber wenn da jetzt nicht viele Wanderer sind, der ist ja nicht verboten zu fahren. Da kann man den mitnehmen und hat vielleicht ein paar mehr Wurzeln oder so. Aber bitte da Rücksicht nehmen auf die anderen Wegenutzer. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Beschilderung und natürlich dann die Flyer oder Karten, die man da hat. Also da muss ich sagen, finde ich, geht der Pluspunkt klar an den Trail Ground Brilon. Das war von Anfang an ausgereifter. Es muss natürlich auch immer wieder verbessert werden. Übrigens ist es oft so, dass von irgendwelchen Vandalismusleuten die Schilder abgenommen werden. Das ist natürlich mega ärgerlich. Da können dann die Betreiber gar nichts dafür im Grunde, wenn man sich dann verfährt, weil einfach Schilder fehlen. Ja, das heißt, im Trail Park Winterberg war am Anfang, das war, ich würde mal sagen, ein bisschen ja, mangelhaft von der Beschilderung. Es wurde oft verbessert, das muss man da auf jeden Fall sagen. Und man kommt da nicht mal auch zurecht und es wurde auch wieder neu optimiert. Mehr Karten, mehr so große Übersichtsschilder, Informationen, die man im Internet findet und halt vor Ort sind eigentlich echt ganz gut. Ich finde trotzdem die Beschilderung in Brilon einfach noch ein bisschen verständlicher, simpler, einfacher. Aber ich will mich da jetzt auch nicht so aus dem Fenster lehnen, weil es ist auch ein bisschen Geschmackssache. Und Winterberg hat sich auf jeden Fall auch gebessert. Ich bin auch noch nicht alles in Winterberg gefahren, immer nur so ein paar verschiedene Trails, die ich eh kenne. Und da war alles easy. Ich weiß nicht, ob man sich da gut verfahren kann. Schreibt das mal in die Kommentare, ob euch im Trail Park Winterberg schon mal verfahren habt oder im Trailground in Brilon. Also ich fand es immer ganz okay, aber trotzdem in Brilon verständlicher gemacht. Ein Thema ist natürlich auch die Infrastruktur. Das heißt, wie sind die Parkplätze, gibt es Toiletten und so weiter und so fort. Also ich finde, da tun die sich nicht so viel. Es kann sich ein bisschen tummeln am Trailground in Brilon, weil da ist eigentlich alles am Landgasthaus groß, was ich auch echt cool finde da. Aber man muss sagen, sie haben es ausgebaut. Aber trotzdem an einem vollen Tag, dann sind die Parkplätze sehr voll. Keine Sorge, auf dem Trailground verteilt sich das wieder. Man hat nie das Gefühl, dass der Trailground, die Trails irgendwie total voll sind. Aber wenn man am Parkplatz steht, denkt man, okay, schon ziemlich voll. Beim Landgasthaus gibt es natürlich auch Toiletten und den nächsten Campingplatz. Da ist auch ein Pumptrecken kleiner. Ich würde sagen, die Infrastruktur ist schon gut. Und natürlich in Winterberg kann man sich natürlich nicht beschweren über die Infrastruktur. Die ist ja für Touristen ausgelegt. Das heißt, es gibt Toiletten, gibt Parkplätze. Man kann direkt in den Bikepark gegenüber. Man kann die Kinder auf die trockene Sommerrodelbahn schicken. Also ich denke mal, da gibt es einen Pluspunkt für Winterberg, dass man, wenn man eine Familie hat, dass man die Kinder besser beschäftigen kann oder generell. Also da ist echt viel zu machen, also viel zu, ja, viele Möglichkeiten. Deswegen Infrastruktur sowohl in Brilon als in Winterberg sehr gut. Kleines Plus an Winterberg, weil noch mehr Sachen und Möglichkeiten auf engen Raum sind. Genau. Aber tut sich auch nicht viel. Der letzte Punkt, den ich jetzt sagen möchte im Vergleich Trailground Brilon versus Trailpark Winterberg, ist ein bisschen die persönlichen Vorlieben, persönlichen Prioritäten. Und ich mag ja am liebsten ganz normale Trails im Wald, also die nicht gebaut sind. Aber ich muss sagen, ich war auch ein Jahr, war ich beruflich ziemlich viel in Brilon bei Liquid Life. Und das war eigentlich eine coole Zeit. Und ich bin aber danach eigentlich immer nach Hause gefahren. Weil ich bin natürlich Vater geworden und so. Und die Kollegen sind dann im Trailground Brilon immer noch Trails abgesurft. Also das ist echt cool, wenn man so richtig schön flowige Trails in einem Fleck hat, obwohl sie gebaut sind. Und ich finde, sie fühlen sich auch noch ziemlich gut an. Also die persönliche Präferenz Trailground Brilon mag ich die Strecken lieber. Meine persönliche Präferenz bei Trailpark Winterberg ist natürlich, ich kann das so gut verbinden. Weil ich mag auch gerne immer mal ein bisschen Bikepark fahren. Ein paar schöne Drops machen, den Flowtrail, die Freeradstrecke. Also das ist ja direkt in einem Gelände, Trailpark und Bikepark Winterberg. Also in einem Berg quasi. Also der Trailpark verteilt sich noch mehr, ist ja klar. Über die Wälder und Berge da. Aber die Kappe, also der Bikepark ist direkt da. Also das finde ich natürlich besser am Trailpark. Dass ich dann nicht nur die Trails da fahren kann, sondern auch im Bikepark und ich kann das vermischen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich habe genug erzählt. Ich habe hier die ganzen Aufnahmen, die ich so reinschneide und zusammenfasse. Sagt mal, was ihr besser findet. Wir sehen uns im nächsten Video. Mikros und Reparatur. Ich habe jetzt laut gesprochen. Ich hoffe, der Ton passt. Wir sehen uns. Bis dann. Da conversations? Ja. Ich helfe dich. Mal schauen los? Ich liebe es kennengelernt. Die Ach 국 aus, das bin ich ... Wer für jemanden verhaftet? Ja!